so dass noch nichts verschwunden ist hier und falls nicht dann wissen wir es zumindest nicht so weiter geht es da oben komme ich gut rein das auch wieder ein hoher baum der links daneben ist kleiner so das war es hier und hier das auch super das gehört zu dem baum da drüben das lassen wir dann einfach da ist wahrscheinlich noch etwas drin aber wenn ich eins runter gehe komme ich da wahrscheinlich besser nein das ist mittendrin leute nein da muss doch irgendwo ein stück holz dann sein da ist es okay außerhalb der reichweite leute das ist ja mal blöd das hat sich nicht gesund angehört leute wo ist das holz da oben dann kriegen wir halt ein bisschen mehr laub ist auch okay okay so so also wie viel hat mir ich glaube 49 plus alles was wir jetzt noch kriegen dann sind wir schon bei 53 was mehr als drei viertel sind und wir haben noch ein viertel vor uns leute geil sieht also so aus als würden wir plus machen okay ich komme hier nirgendwo jetzt leider gut rein dann müssen wir uns halt einfach so reingraben da komme ich von unten hin rein so und da okay das ist einfach nur der andere stamm so das ist auch weg ich glaube dann haben wir es hier gehen wir runter super dann geht es hier weiter versuchen wir es hier das scheint alles gewesen zu sein also runter mit uns da ist noch was jetzt runter mit uns es wird schon wieder nacht leute da kommen wir sehr gut rein leute aber da drüben wären wir höher das ist ja ein sehr hoher baum ich komme dann nirgendwo gut hoch na gut müssen wir uns halt nach oben graben also hacken also hacken hacken da 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 ist das der letzte baum Ja, das ist der letzte Baum. Okay, dann passt das. Das ist auch der letzte Baum. Das hier kann noch weg. Da ist, glaube ich, was drin. Ich glaube, dass da einer drin ist. Ja. Gut, da ist auch hier einer drin. Aber wenn ich noch eins runtergehe, kriege ich den vielleicht von unten? Nein. Dann so. So, nur noch der letzte. Und es ist schon wieder Nacht, Leute. Ah, da sind Phantome. Ich glaube, sie kommen hier nicht hin. Aber sie werden. Okay. Da ist keiner. Da ist einer. Das sieht so aus, als wäre da noch irgendwo was. Aber da ist gerade was despawn, also ist da nichts mehr. Ich glaube, das war's. Und wenn nicht, müssen wir halt noch mal mit dem Gerüst nach oben. Da oben. Ein Einzelner. Der tatsächlich jetzt da oben gefangen ist. Jetzt habe ich noch einen gehört. Na ja. So, ich glaube, das war's jetzt erst mal. So, 49. Wir bräuchten also noch 15. Und wir haben 20, Leute. Wir haben Plus gemacht. Das ist unter uns. Das ist so toll, Leute. Wir haben Plus gemacht. Das war mein Fall. Nummer 1. Das oberste ist mein Fall Nummer 2. Das sieht fast aus, als würde das gar nichts mehr verschwinden. Aber einzelne despawnen tatsächlich, Leute. Ist mein Pfeil gerade verschwunden? Ich glaube, wenn mein Pfeil da oben ist, verschwunden ist, nämlich nicht hier. Lol. Da ist der Pfeil verschwunden, bevor der Block verschwunden ist. Der hier hat sich nochmal bewegt. Darum wurde das wahrscheinlich zurückgesetzt. Ich glaube, da könnte noch ein Holzblock drin sein. Lol. Das habe ich noch nie geschafft, Leute. Noch nie. Warum ausgerechnet jetzt? Da ist er. Das hier verschwindet schön. Naja, eigentlich auch nicht. Gibt es da noch irgendwann eine Ranke? Das verschwindet nicht. Da ist er. Es gibt da noch eine Ranke, Leute. So, kurz alles eingesammelt. Lol. Das ist der Trick. Einfach nur nach oben. Und runter. Das hat sich auch nicht gerade gesund angehört, Leute. Plötzlich verschwindet da alles. Sehr schön. Wir haben auch nirgendwo irgendwas übersehen, Leute. Das waren die einzigen. Und da konnten wir zum Glück ganz einfach mit den Ranken hoch. Super. Dann warten wir jetzt noch, bis das weg ist, Leute. Wobei, wir würden ja auch nur noch Stöcke und Setzlinge bekommen. Bei beiden haben wir ja schon genügend. Ich glaube, Holz kriegen wir keins mehr. Und Ranken auch nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach kurz... Oh, da haben wir noch etwas. Sehr schön. Deswegen würde ich jetzt einfach kurz nach vorne gehen. Zeug wegräumen. Holz zum Schmelzen bringen. Es ist schon wieder Tag. Ein Erfahrungspunkt fehlt mir, glaube ich, noch. Oder ich habe mich verzählt. Oder zwei kamen gleichzeitig irgendwie. Kann ja mal passieren. Okay. Jetzt wäre das da vorne tatsächlich fast weg, Leute. Gehen wir doch mal... Wir gehen langsam hin. Geht das uns Zeit. Dann können wir mehr... Laubblöcke verschwinden. Keine Ranken mehr, Leute. Doch, da oben. Konnten bloß anscheinend nicht weiter wachsen. Oder länger wachsen. Weil darunter wohl auch Laubblöcke waren. Ja, nur noch einen Rankenblock. Wäre lustig, wenn er noch zwei, drei Blöcke nach unten wächst. Während... Bevor der Laubblock selbst verschwindet. Die Ranken wachsen weiter. Sie versuchen zu überleben. Tatsächlich wächst da gar nichts irgendwie, Leute. Okay. Ah, Regen. Na gut. Doch, doch, doch. Die Ranke ist gewachsen, Leute. Ha. Lustig. Also, das möchte ich jetzt dann doch... Oh, und weg. Sie hat es nicht geschafft, die Ranke. Na gut. Diesen einen Block warte ich... Warte ich jetzt noch ab. Eigentlich wollte ich jetzt die drei Blöcke nicht abwarten. Aber diesen einen gebe ich noch, Zeit, bis ich gegessen habe. Okay. So, ist hier noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Und da ist er auch weg. Und er hat auch nichts fallen lassen. So, Leute. Alles weg. Das ist schon geil, wie das hier aussieht. Richtig toll. So, dann. So, das ist aufgeräumt. Das Holz... Wir haben hier den Block... Das heißt, das passt. Das Holz bringen wir jetzt kurz weg, Leute. Und danach kommen wir nochmal zurück. Und... Wir pflanzen wieder alles. Wir pflanzen wieder alles.